Mit dem Neubau der Ökonomiegebäude nach einem Vollbrand wollte Landwirt und Lohnunternehmer Hubert Estermann aus dem luzernischen Hildesrieden vermehrt automatisierte Systeme rund um seinen Milchviehstall einsetzen, da es zusehends schwieriger wird, gutes Personal zu finden. So kommen in seinem Stall nun ein Melk- und Entmistungsroboter sowie ein Fütterungsroboter, der gleichzeitig auch als Futterschieber wirkt, zum Einsatz. Diese Systeme kennt man, nicht aber einen automatisierten Heukram, der nicht nur das Einbringen von losem Heu, sondern auch den täglichen Austrag aus dem Heustock in nachgelagerte Fütterungssysteme selbsttätig bewerkstelligen kann. Das Projekt wurde 2017 von den Firmen Bechthold Landtechnik und Iatec Elektroautomation gestartet. Vor gut zwei Jahren wurde es auf dem Betrieb Estermann umgesetzt. Ein Teil der Entwicklung, vor allem die Kameratechnik, erfolgte im Rahmen einer Diplomarbeit an der Technikerschule von ABB. Basis bildet ein Hängedrehkran von Bechthold Landtechnik mit dem stufenlosen elektrischen Fahrantrieb PowerDrive Plus. Dieser Fahrantrieb wird über einen Frequenzumrichter realisiert. Die elektrische Energie wird direkt in die Fahrbewegung umgesetzt, was den Wirkungsgrad im Vergleich zu hydraulischen Systemen verbessert. Zudem wird die beim Abbremsen frei werdende kinetische Energie ins Netz zurückgespeist. Dieser Heukran wurde nun für einen automatisierten Betrieb aufgerüstet. Um sich im Raum zu orientieren, wurde jede der acht Bewegungsachsen des Krans mit einem Messsystem ausgestattet. So wird stets die genaue Position des Krans und der Zange errechnet. Und zwar mit einem eigens dafür entwickelten Kinematikmodell. Damit der Kran Heu effizient und in einer Kadenz von 40 Kubikmetern in 10 Minuten einsammeln kann, muss er den Heuhaufen erkennen. Da kommt eine 3D-Lichtradarkamera zum Einsatz. Die erstellt im Erfassungsbereich ein solches dreidimensionales Höhenprofil. Weiter wurde ein Entscheidungsdiagramm entworfen, damit ein möglichst direkter Fahrweg zu den Abladepunkten ohne Kollisionsgefahr gewählt werden kann. Auf dem silofreien Betrieb stehen drei belüftete Heulager zur Verfügung. Der gesamte Raum ist 56 Meter lang, 20 Meter breit und bis zu einer Kranschiene 11 Meter hoch. Der Greifer vorne am Arm kann je nach Heubeschaffenheit bis zu 6 Kubikmeter Heu fassen. Der Kran hat sein Können bereits beim Einbringen von Emd bewiesen. Er hat die abgeladenen Emdhaufen zuverlässig erkannt und systematisch im angewählten Lagerraum verteilt. Dabei beginnt er mit dem Abgreifen der höchsten Punkte, damit er die Zange optimal füllen kann. Wird der Heuhaufen zu niedrig, um die Zange beim ersten Griff zu füllen, fängt er an, nachzugreifen. Zurzeit wird das automatische Auslagern aus den Lagerräumen weiter optimiert. Sobald der Vorratsbunker des automatischen Fütterungssystems leer ist, wird dieser wieder mit neuem Dürfutter befüllt. Zum Beispiel zwei Zangen Heu und eine Zange Emd, je nach Rezeptur der Ration. Der Kran kann in drei Modi bedient werden. Neben dem konventionellen, manuellen Betrieb kann er mit Totmannschalter in der einen und Fernbedienung in der anderen Hand gesteuert werden. Dann gibt es den vollständig automatischen Modus. Da schreibt das System vor, dass alle Zugangstüren zur Halle verschlossen sein müssen. Mehr dazu demnächst in der Printausgabe der Schweizer Landtechnik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017